Hi Leute und herzlich Willkommen zu einem anderen Video. Was machen wir mit ihm heute? Das Spiel. Unsere Gegner da oben völlig erneut werden. Ja. Die nerven mich gerne so, die haben mich völlig aus dem Nählen gemessert. Ja. Können wir das besser nehmen? Ich habe auf jeden Fall zwei Gegner gerne die Kohle umgelegt. Ich habe keine Kohle aufgenommen, weil ich schon eine Kohle habe. Oh. Ich dachte, der wäre es doch nicht. Ich dachte, der wäre es doch nicht. Das war auch nichts. Auch mit Einsatz mit nichts. Einsatz mit nichts. Nicht nichts. Einsatz mit nichts. Diese Buchstaben würde ich gerne gar nicht kennenlernen. Ich habe nichts. Kennt ihr eine Buchstaben nichts? Nein. Was? Pass auf die Gegner raus. Erst mehr davon. Upsi. Ups. Ich bin da kurz auf den Knopf ausgelutscht. Ja. Das war auf jeden Fall. Ich bin zeuglich. Das ist meine Absicht. Ich bin klar. Ja. Ja. Machen wir mal. Ich brauche mich da nicht mehr einfach so. Weil es für alle Beteiligten okay ist. Ist es okay? Ja. Ich bin der Buchstaben. Ich bin der Buchstaben. Ich bin da nicht. Okay gut. Keine Ahnung. Oh. Das gefällt mir gar nicht. Die gehen mir jetzt hier voll aus dem Dach. 5 Gegner noch Ah, die Gegner, okay, so ist er Aber hier Da schießt jemand, da schießt jemand Überall schüsse Ah, der ist so weit Geht er hin? Auch weit Hä? Halt euch doch mal Die sollten mich da eigentlich so hinbauen Die brauchen wir mit Holz Ich hab hier ein Hammer Aber wenn ich da draufstehe, dann stehe ich schon Ja, da muss ich aussteigen werden Was? Du bist ziemlich hoch Ja, das war ja auch das Ziel Ja Nicht so wie das letzte Mal Das haben die totgeladen Aber da hatte ich einen richtig großen Fail Pass auf Oh Die sind wirklich noch so hoch Das wäre gar nicht gut Not gut Der steht Der steht Der steht Der steht Und unten Aua Sorry, sorry Sorry, sorry, sorry Aus 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 Aua Aua Was für achtend sind das denn hier? Bin ich hier etwa im Kindergarten? Ja. Der Hals ist nicht mehr voll. Mein Nebenswerk! Und jetzt schließen sie ja noch auf. Ich hab doch so viel gewollt. Kann sie jetzt bei den anderen stehen? Okay, die haben wir ganz gut. Gut. Es könnte auch sein, dass sie sich abschießen, bevor sie den Boden erreicht. Abschießen. Oh je. Sehr interessant. Das ist wirklich eine krasse Wandel. Was sind die da unten? Ja. Ich weiß, ich kann dir auf den Kopf kommen. Ganz kurz. Ich glaub nicht. Ich weiß nicht, Mann. Wo ist denn hin? Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Hupami! Yeah! Die freut sich ja. So. Die freut sich ja so. Ja! Yeah! Pool-Party! Gute Eile! Und hier! 13 Sekunden. Und die zweite Front. Die haben mich aber wirklich nass gemacht. Genauso wie auf der Pool-Party. Wirst du noch was sagen? Meik meik! Und damit... Bye bye!